Die Angst kehrt zurück an den Börsen. Viele Indizes haben bereits ihre Gewinne aus Januar abgegeben. Genau darüber spreche ich mit Frank Fischer. Und genau das mag dann der Aktienmarkt nicht so sehr, weil dieser Schaden schlägt sich in Falten, Umsätzen und Gewinnen nieder. Bleiben Sie dran! Hallo und herzlich willkommen zu Value Compact, die Sendung von Shareholder Value rund um die Frankfurter Fonds. Und natürlich rund um die Kapitalmärkte. Ja, die Aktienmärkte weit und breit sind einmal wieder unter Druck geraten. Denn die Angst ist wieder da. Für manche Anleger ist die Angst sogar eine gute Gelegenheit, um Qualitätsaktien günstig zu kaufen bzw. nachzukaufen. Das machen wir beispielsweise mit unseren Frankfurter Fonds immer wieder. Und ja, genau darüber spreche ich jetzt gleich mit unserem CEO Frank Fischer. Aber bevor wir zum Interview kommen, lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf die Performance der Frankfurter Fonds im vergangenen Monat werfen. Starten wir direkt mit unserem Frankfurter Stiftungsfonds. Die Performance im Februar lag bei minus 2,7% und die Haupttreiber dafür waren Serene Technologies und die Intershop Communications. Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen hier auf der rechten Seite konnte etwas besser abschneiden mit einem Verlust von nur einem Prozent. Der Fonds liegt damit seit Jahresbeginn bei 3,6% plus. Und ja, hier das gleiche Bild bei dem Prima Globale Werte. Wir sehen ein ähnliches Bild, was die Performance angeht. Und beim Frankfurter Value Focus Fund, das Mandat, was etwas konzentrierter ist, der Monat Februar war etwas schwieriger aufgrund der höheren Gewichtung von Serene Technologies und Intershop Communications. Das neue Mitglied der Frankfurter Usage ETF Modern Value macht sich ganz gut mit einem Verlust von 0,9% und liegt seit Jahresbeginn bei knapp 8% vorne. Und nun werfen wir einen Blick auf die Performance-Beiträge und die aktuelle Positionierung im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. Wir sehen hier oben links die Aktienquote per Ende Februar. Sie liegt bei 75% Brutto sowie Netto. Wir waren also nicht abgesichert und haben aktuell eine etwas moderate Aktienquote. Wir sind eher durchschnittlich unterwegs. Und was die Performance-Beiträge angeht, ja, im vergangenen Monat haben AdTech, Meta und eine alte bekannte Aktie hier aus Deutschland, nämlich die Washtag, diese Aktien haben einen positiven Beitrag geliefert. Und auf der anderen Seite haben Amazon, Montag Renewables und Ryman Healthcare aus Neuseeland die Performance etwas belastet. Und ja, darüber hinaus sehen wir hier auf der rechten Seite die Top 10 Positionen in unserem Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen. und aktuell bleibt die Microsoft die größte Position in unserem Portfolio. Und nun, meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu unserem Interview, zu meinem Interview mit Frank Fischer direkt aus Frankfurt. Ja, wir sind jetzt direkt hier bei uns im großen Konferenzraum in Frankfurt und neben mir Frank Fischer. Und meine erste Frage, lieber Frank, die Angst ist wieder da. Wir haben jetzt Ende Februar, zumindest das sind die Daten, die wir jetzt abgerufen haben. Und ich werfe einen Blick auf den Mr. Market Kompass. Zwei Wochen zurück, am 14. Februar, also Valentinstag, hatten wir einen Wert von 80. Also viel Euphorie an den Märkten. Und jetzt sind wir bei 40 per Ende Februar. Also die Angst ist wieder da. Warum eigentlich? Die Zinsen sitzt. Das Problem ist, dass tatsächlich die Erkenntnis reicht, dass es gut sein kann, dass sie noch höher steigen müssen. Wir haben einfach einen sehr robusten Arbeitsmarkt. Es gibt wenig Arbeitslose. Und dann haben wir eben immer noch das Thema Inflation, was nicht so richtig runterkommt. Und da kommt natürlich die Angst hoch, dass alle sagen, dann muss die Notenbank ja noch mehr machen. Die Zinsen gehen höher, sie bleiben länger oben. Und deswegen kommt die Angst zurück. Aber solange der Markt halt insgesamt für eine Konjunktur robust ist, ist das gar nicht so schlimm mit den Unternehmensumsätzen und Gewinnen. Erst wenn diese Bremswirkungen nachhaltig sich böse auswirken, wird das an den Aktienmärkten auch mal mehr eingepreist. Ich glaube aber, dass wir aktuell nur einen kleinen Dip sehen. Und da kann man wirklich sagen, Angst ist gut. Und in diese Angst hinein, wenn man ängstlich sind, da kann man auch mal ein bisschen wieder was kaufen. Und da kommen wir auch sicherlich dazu, das Thema Kaufen. Was gibt es hier an Neuigkeiten seitens des Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen? Aber bleiben wir beim Thema Notenbanken. Denn wenn sie zu viel machen, dann droht eine Rezession. Wir haben eine fortgeschrittene Zinskurve in den USA zwischen 3-monatigen und 10-jährigen US-Treasuries. Und könnte man jetzt sagen, dass das Thema Präzession kurz vor der Tür ist? Oder werden wir keine Präzession sehen dieses Jahr oder nächstes Jahr möglicherweise? Also kurz vor der Tür würde ich sagen, noch nicht. Die Frage ist auch, mit welcher Zeitperspektive man kurz definiert. Aber Tatsache ist, erst wenn die Zinsen längerfristig auf diesem oberen Niveau ein Plateau bilden, wenn die Notenbank den sogenannten Pivot, also es wird nicht mehr weiter erhöht, sondern wir bleiben da und dann gucken wir mal, eigentlich sagen die sich, wie viel Schaden haben wir eigentlich in der Wirtschaft angerichtet, weil das ist das, was sie auslösen müssen. Einen gewissen Schaden, eine gewisse Arbeitslosigkeit muss da sein, Bremswirkungen, weil dann kriegt man die Inflation erst im Griff. Und genau das mag dann der Aktienmarkt nicht so sehr, weil dieser Schaden schlägt sich in Falten umsetzen und Gewinnen nieder. Das heißt, erst nach dem Pivot, das ist eigentlich das, jeder sagt, das ist doch toll, wenn dann die Zinsen wieder runterkommen. Die schlechte Nachricht ist, normalerweise ist das immer so, erst wenn die Zinsen fallen, kommt dann auch diese schlechte Gewinnentwicklung in den Unternehmen an und dann fallen auch die Aktienmärkte, passen das relativ schnell ein, reisen das ein, passen das an und dann geht das Spiel von vorne los. Also die Aktienmärkte fallen, Einzelaktien auch damit. Was haben wir jetzt hier in den vergangenen Wochen gemacht in Sachen verschiedene Fonds? Wir haben verschiedene Mandate. Der Frankfurter Stiftungsfonds hat sich gut gehalten, auch im Laufe des letzten Jahres. Wir hatten einen phänomenalen Start jetzt im neuen Jahr 2023. Der Januar war super, der Februar dann eher nicht so super. Aber was haben wir in dieser Zeit gemacht? Haben wir Aktien gekauft? Haben wir welche verkauft? Was darfst du uns verraten oder dem Publikum verraten? Ja, es ist nicht so, dass wir da nicht aktiv sind, sondern wir haben tatsächlich unser Portfolio auch bewirtschaftet. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass eine unserer Lieblinge, die Firma Autodesk, da hat das Management doch extrem massiv zugegriffen. 40% der Gewinne sind in die Share-Based Compensation, also die Aktienoptionen, geflossen. Und das ist uns doch zu viel. Also die bedienen sich dort so sehr selber, dass dieses tolle Wachstum und die tollen Kapitalrenditen leider eben zum großen Teil dem Management gehören und nicht uns als Mitinvestoren. Wir haben uns von der Position erstmals getrennt. Wir sind gerne dabei und kaufen die auf einem niedrigen Niveau auch wieder zurück. Aber wir haben dort die Gewinne mitgenommen und haben eben den Cash aufgebaut. Den haben wir auch gleichzeitig wieder verwendet und haben uns dann überlegt, wo können wir denn investieren? Und dort sind wir auch durch unseren neuen Kollegen Markus Engels, unseren Versicherungsspezialisten, auf eine Rückversicherungsaktie gestoßen, die uns sehr gefallen hat, die Firma SCORE. Das ist die Nummer 4 in Europa. Dort ist auch ein neuer CEO, der demnächst antritt. Und in dieser Übergangsphase, wo eben noch das Management Markuum besteht, und was macht der Mann eigentlich, macht der Kitchen Sinking, also legt der sich einfach die Hürde niedriger, sind die Aktien nochmal unter Druck gekommen und die zeichnen sich, heute kamen die Zahlen, durch eine schöne Dividendenrendite von über 6% aus. Und wir sehen auch, dass die Bewertung nach klassischen Value-Kriterien von KGV von 6 reden wir hier, einen schon ziemlich anschreit. Und nachdem wir eben jetzt sehen, dass das auch auf die nächsten Jahre ein interessantes Investment ist, haben wir uns dort eine schöne Position aufgebaut und sehen dort eine gute Perspektive. Dann haben wir bei einem Titel, wo wir schon länger drin sind und auch ein bisschen unter Druck gekommen sind durch die steigenden Zinsen in Neuseeland, haben wir ein 7%iges Zinsniveau. Ist Ryman Healthcare, einer unserer Lieblinge, Good Enough for Mom heißt das, also da geht es um Altersheimprojektierer, Pflegeheimanbieter, dort gab es eine, wenn man möchte so, Notkapitalerhöhung. Da ist immer die Frage, ist die These gebrochen, haben wir einen Fehler gemacht oder nicht? Wir haben uns das gut angeschaut und haben gesehen, das ist eine echte Chance, dort nochmal günstig nachzukaufen. Das haben wir auch gemacht, wir haben an der Kapitalerhöhung partizipiert. Und dann haben wir in dem Bereich Biotech, da sind wir normalerweise nicht zu Hause, wir sind noch nicht die Biotech-Spezialisten, die jetzt den Gold Digger entdecken können. Aber wir haben eben so das Konzept, Spitzhacke und Schaufel für den Gold Rush und haben uns dort mit der Stadion, Sartorius Stadion Biotech Firma, haben wir die Erstposition genommen und sehen dort auch, wenn vielleicht doch nochmal Covid ausgepreist wird und das noch mehr unter Druck kommt, eine Chance nachzulegen. Ein größerer Wert, der sehr vielversprechend auf die nächsten 5 bis 10 Jahre ist, wohl eine Erstposition aufgebaut haben. Also wir waren durchaus auch aktiv. Ja, wir sind aktiv gewesen, meine Damen und Herren. Und ja, Frank, ich bedanke mich auch für deine Zeit und damit erstmal zurück ins Studio. Das war es dann für die heutige Sendung, meine Damen und Herren. Wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie mir ruhig eine E-Mail an ec.shareholdervalue.de oder schreiben Sie hier unten im Kommentarfeld ein Kommentar. Doch bevor wir Schluss machen für heute, schauen Sie einmal gerne bei der Fondgipfel Akademie vorbei, denn die neue Ausgabe mit vielen spannenden Themen ist seit Freitag live. Das Ganze ist kostenlos, es ist zeitlich flexibel, es gibt keinen Druck. Sie haben alle Zeit der Welt und Sie können mit jedem Gerät die Fondgipfel Akademie auch besuchen und auch die 6 Credit Points holen. Ja, das soll es dann gewesen sein für die heutige Ausgabe von Value Compact. Ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Ausgabe im April sehen. Bis demnächst. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie investiert. Cheerio. Ich freue mich,